Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem 12. September 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1248. Es ist Montag, es ist irrsinnig früh und ich habe diese Episode schon zum zweiten Mal aufgezeichnet. Oder ich bin es gerade dran, weil, ja, eben müde und nicht abgespeichert. Einmal mit Profis, die heutigen Themen, Selena Gomez, eine EU-Kommission und TomTom Co. Es sind wenige Themen, immerhin, das kommt mir zugute. Der berühmte Dokumentarfilmer Alec Kashishian, ich kann ihn nie richtig aussprechen, wahrscheinlich jetzt schon wieder nicht, der unter anderem die Madonna Truth or Dare Doku gedreht hat und dafür Weltruhm erlangt hat. Der hat ein neues anlanggezogen oder besser gesagt, einen neuen Dokumentarfilm, den er drehen darf. Und zwar geht es dabei um Selena Gomez. Wer sie nicht kennt, sie ist Sängerin, sie ist Schauspielerin, sie ist Unternehmerin, sie ist Produzentin, Songwriterin. Und sie hat schon über 210 Millionen Singles verkauft, über 45 Milliarden Streams rausgehauen. Sie hat erst gerade eine Grammy-Nominierung erhalten, besser gesagt, für ihre spanische EP, rein spanische EP. Sie hat eine Emmy-Nominierung erhalten für die Hulu, ich glaube nicht Disney, oder eine Hulu-Serie war es, wo sie unter anderem Steve Martin und Martin Shore zusammenspielt. Und das junge Talent, und ja, ihr könnt es wahrscheinlich erahnen, ich mag die Dame, die hat eben das Ganze, oder von der gibt es jetzt einen Dokumentarfilm, und wer hat sich das gesichert? Apple. Apple TV Plus hat die kompletten Vermarktungsrechte für eben die ganze Dokumentation. Wann die rauskommt, ob sie erst am Drehen ist und so weiter, das weiss man aktuell nicht. Oder ich zumindest nicht. Ich freue mich auf jeden Fall schon darauf, denn es kommt aus dem gleichen Haus wie das Lighthouse, also vom Produktionshaus Lighthouse Management und Bidia, die unter anderem schon den Dokumentarfilm zu Billie Eilish gemacht haben, die auch Apple einen Auftrag gegeben hat. Und das war schon eine tolle Geschichte. Und jetzt, wie gesagt, freue ich mich auf Selena Gomez. Dann weniger freue ich mich immer wieder, wenn ich was lese über lustige, oder eben nicht ganz so lustige EU-Kommissionen mit ihren, Entschuldigung, Furzideen. Was will man jetzt? Ja, nach dem ganzen Leistungsschutzrecht und den ganzen Geschichten, möchte man jetzt nochmals da nach draussen gehen und ein bisschen Geld absahnen. Warum möchte man das? Ich verstehe das Ganze. Irgendwie finde ich es auch nicht ganz korrekt, aber ja, man möchte Geld von den GAFAs und zwar für das Benutzungsrecht. Weil ihre Kunden so fleissig das Internet beanspruchen, möchte die EU-Kommission, dass die grossen GAFAs, also Google, Apple, Facebook, Amazon und die weiteren Unternehmen, sich an der Bandbreite beteiligen oder Hand von der Bandbreiten Nutzung auch beteiligen am Ausbau des Netzes. Ja, solche Dinge kann man fordern, aber irgendwie, wie gesagt, EU und was da alles abläuft, das gefällt mir aktuell gar nicht. Nicht nur EU, auch andere Schurkenverbande, Staatenverbande, wollte ich sagen, sind da in einem ähnlichen Gebiet unterwegs. Weiter geht es mit TomTom Go. Und da geht es auch um Gebiete, in denen man unterwegs sein kann. Es geht nämlich um die TomTom Go Navigation App für Android. Ob es die iOS schon hat und oder ihr es bekommt, weiss ich nicht. Kann man gerne nachforschen. Wir haben einige Lastkraftfahrer hier als Hörer, die mit dabei sind. Die können wir mich da vielleicht aufklären. Was bringt TomTom jetzt eben in der App? Kann man neu switchen zwischen PKW und LKW, also zwischen Auto und Lastwagen und somit dann auch steuern. Man muss ein bisschen Geld in den Topf schmeissen, wie auch für die PKW-Version. 14,99 sind sie in Euronen. Einen Schweizer Frankenpreis habe ich gerade nicht bereit. Oder 99 pro Jahr. Aktuell zum Start gibt es das Ganze im Jahresabo für 49,99. Also wer gerne möchte, sollte da vielleicht schnell zuschlagen. Was ist da drin speziell bei der Navigation für Lastwagen? Ja, ein Lastwagen kommt halt nicht überall unten drunter oder durch. Ich darf auch nicht überall, wegen zum Beispiel Ladung, wie Gefahrengut und so weiter, darf man nicht alles befahren. Solche Dinge müssen einberechnet werden. Natürlich auch Ruhezeiten und Möglichkeiten, wo man dann den Lastwagen abstellen kann, wenn man eben ausruhen möchte. Man kann einzelne Stops einrichten für Be- und Entladen. Man kann Point of Interest logischerweise mit einbinden. Und was ich vorhin eben schon gesagt habe, Möglichkeiten, wo man dann auch mal eine Pause machen kann. Wer also mag, kann das gerne sich mal ein bisschen genauer anschauen. Ihr findet in den Links auf daily.geekdog.ch oder im Podcast für euer Vertrauens auch einen Link zu der neuesten Geekdog-News-Episode, wo sich der Achim, der Maik und meine Wenigkeit über das Apple-Event unterhalten haben und gerade in Live-Shopping veranstaltet haben. Und das sich ein bisschen herausgezögert hat, warum, weshalb und sowieso. Das könnt ihr da nachhören. Auch findet ihr da noch weitere Links und meinen Testbericht zu den Oppo Enco X2 Kopfhörern. Zumindest meine ersten Erfahrungen mit den kleinen Knubbels für die Ohren. Ja, das war es mit den heutigen Themen. Ich hoffe, ihr habt einen guten und sehr, sehr angenehmen Start in die neue Woche. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis bald, euer Pogipsi. Und jetzt speichere ich das Ganze auch ab. Tschüss. Hört mehr Geekdog.